Was haben wir von der Digitrends-Methode erfahren, weil wir mit der Zukunftsstrategie vom Landkreis Böbling mitgearbeitet haben. Da wurde uns das Digital Hub vorgestellt und da kam auch dann das Thema Digitrends ins Gespräch, was wir sehr interessant fanden. Wir haben dann die Chance genutzt, das Ganze in einem Workshop mal ein bisschen genauer zu betrachten, weil wir das hochinteressant für die Zukunft von unserer Agentur, aber auch überhaupt das Thema Digitalisierung für uns im Allgemeinen sehr interessant finden. Auf jeden Fall passgenaue Lösungen, wie wir unser Unternehmen künftig digital besser zuschneiden können, vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit, neue Kooperationsmöglichkeiten, die daher wichtig sind. Ich hoffe vor allem auch den Mut zur Veränderung, den wir auf jeden Fall brauchen werden. Ich hoffe vor allem auch den Mut zur Veränderung, den wir auf jeden Fall brauchen.